Ich habe bei dieser Aufgabe folgende Gewinnfunktion gegeben und die Frage ist, bei welcher Absatzmenge ist der Grenzgewinn maximal. Da müsst ihr jetzt aufpassen, gemeint ist hier nicht, bei welcher Absatzmenge ist der Gewinn maximal und ihr sucht das Maximum von der Gewinnfunktion, sondern hier steht, wann ist der Grenzgewinn maximal. Da müssen wir erstmal schauen, was ist denn überhaupt der Grenzgewinn. Wie finden wir den Grenzgewinn, wenn ich den jetzt einfach mal mit gg abkürze, einfach nur um Grenzgewinn zu haben. Keine Ahnung, wie ihr den abkürzt, aber ich mache das jetzt mal so. Der Grenzgewinn ist einfach die Ableitung von der Gewinnfunktion. Also ihr habt noch gar nichts gemacht, ihr sucht jetzt einfach nur mal den Grenzgewinn. Und das ist die Ableitung der Gewinnfunktion, also leiten wir das Ding hier oben mal ab. Minus 0,4, das bleibt ja, mal jetzt bei diesem x hoch 3 kommt die 3 ja nach vorne und dann steht da nur noch x². Dann die 18 bleibt am Ableiten als Faktor. Hier bei dem x² kommt die 2 nach vorne und da steht nur noch ein x. Und dieses 24x, da fällt das x weg und die 24 bleibt da stehen. So, wenn wir das jetzt gerade noch mal ausrechnen, steht da minus 1,2x² plus 36x plus 24. Das ist jetzt nicht eure Ableitung, um jetzt das Maximum zu finden, sondern das ist einfach nur der Grenzgewinn. Also das hier ist eure Funktion, mit der ihr jetzt weitermacht. Diese Funktion hier sollt ihr maximieren. Und wie machen wir das? Ganz normal, wie man eben alles maximiert. Wir bilden die erste Ableitung und setzen die gleich 0. Aber alles von dieser Grenzgewinnfunktion, weil die sollt ihr maximieren. Ich denke, ihr habt es gerafft. Also bilden wir die Ableitung vom Grenzgewinn. Ich nenne das jetzt auch einfach mal Grenzgewinn, die Ableitung davon. Minus 1,2 bleibt beim Ableiten, mal die 2 von dem x² kommt nach vorne. Dann steht da nur noch x. Und hier fällt das x weg. Und da steht 36 und die 24 ist eine Konstante, die fällt komplett weg. Und das hier ist dann die Ableitung, die ihr gleich 0 setzen werdet. Also minus 2,4x plus 36. Das ist eure Ableitung von eurem Grenzgewinn. Und der soll ja maximal sein. Also setzt ihr diese erste Ableitung gleich 0, um die Stelle zu finden, bei der euer Grenzgewinn eben maximal wird. Wenn ihr das jetzt nach x auflöst, also die 36 hier rüber und dann noch durch minus 2,4 teilt, dann kommt ihr auf eine Absatzmenge von 15. Manche müssen jetzt noch die zweite Ableitung bilden und gucken, ob das dann, wenn ihr die 15 einsetzt, kleiner als 0 ist, damit ihr ein Maximum habt. Wir können es mal ganz kurz machen. Also die zweite Ableitung vom Grenzgewinn wäre ja einfach nur minus 2,4. Also egal, was ihr hier einsetzt. Das ist immer kleiner als 0. Und deswegen habt ihr auch, egal was ihr rausbekommen hättet, immer ein Hochpunkt bzw. ein Maximum. Und deswegen ist das hier eure Absatzmenge, bei dem euer Grenzgewinn maximal ist. Also einfach nur nochmal zur Wiederholung, ihr solltet nicht den Gewinn maximieren, also nicht nur einmal den Gewinn ableiten und das dann gleich 0 setzen, also nicht das da gleich 0 setzen, sondern ihr bildet erstmal eure Grenzgewinnfunktion und die leitet ihr dann ab und das setzt ihr dann gleich 0, um das Maximum zu finden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.